Keine Ahnung, wer gewonnen hat, keine Ahnung, wer verloren hat, aber ich habe mich getrunken. Was treibt euch da an? Ja, Skirennen. Ich freue mich immer Goldig an. Wie immer Goldig? Ja, der Alkohol und Melanie Meier. Seid ihr gespannt auf das Resultat vom Nandagrüder? Er hat bloß den Weltmeister. 0,5! Ja! Ich bin schon geschwollen. Zu diesem Resultat bist du zufrieden. Ja, cool und clean, Alter. Das ist ein Münzenzwetsch, ein Bier. Jägertee. Jägertee. und ein bisschen Wasser. Das ist ein Goldrezept. Also nichts, Vorbild. 0,26. Möchtet ihr ein Statement abgeben zu diesem Test? Ja, wir sind Vorbilder 0,26. Ist das zu viel? Nein, das ist absolut nichts. Das ist nichts, ich bin nicht mehr angetrunken. Das ist ein Damen-Rausch. Losen, losen! Zwei! 2,1-Echtungen! Die meisten zu diesem Respekt! Ich bin stolz darauf, ja. Für Adelboden absolut genial.